Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Bereich Leistung des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors A Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode. Dies bedeutet, dass er für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Honda, Proton, Kia, Dodge, Hyundai, VW, Jeep und so weiter. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Was bedeutet das? Grundsätzlich bedeutet ein P0501 Fehlercode, dass die vom Fahrzeuggeschwindigkeitssensor VSS gelesene Fahrzeuggeschwindigkeit außerhalb des erwarteten Bereichs liegt, zum Beispiel zu hoch oder zu niedrig. Der VSS-Eingang wird vom Hauptcomputer des Fahrzeugs verwendet, der als PCM-ECM-Antriebsstrang-Motorsteuerungsmodul bezeichnet wird, zusammen mit anderen Eingängen für den ordnungsgemäßen Betrieb der Fahrzeugsysteme. Wie das VSS funktioniert typischerweise ist der VSS ein elektromagnetischer Sensor, der einen rotierenden Relo-Toring verwendet, um einen Eingangsstromkreis zum PCM zu vervollständigen. Das VSS ist in einer solchen Position im Getriebegehäuse montiert, dass der Relo-Toring daran vorbeikommen kann. In unmittelbarer Nähe. Der Relo-Toring ist so an der Abtriebswelle des Getriebes angebracht, dass er sich mitdreht. Während der Relo-Toring an der elektromagnetischen Spitze des VSS vorbeiführt, dienen Kerben und Rillen dazu, den Stromkreis schnell zu vervollständigen und zu unterbrechen. Diese Schaltungsmanipulationen werden vom PCM als Getriebeausgangsgeschwindigkeit oder Fahrzeuggeschwindigkeit erkannt. Ein typischer VSS- oder Fahrzeuggeschwindigkeitssensor. Zugehörige Fehlercodes des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors. P0500 Fehlfunktion des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors AP0502 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor A Niedriger Eingang P0503 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor A Intermittierend Unregelmäßig hochmögliche Symptome Dieser Code unterscheidet sich vom P0500-Code dadurch, dass er möglicherweise nicht die Störungsanzeigelampe Miel auslöst. Mögliche Symptome sind im Wesentlichen die gleichen wie beim P0500-VSS-Code. Verlust der Antiblockierbremsen Die Warnleuchten Antiblockier- oder Bremse Am Armaturenbrett können leuchten Der Tacho- oder Kilometerzähler Funktioniert möglicherweise nicht richtig oder überhaupt nicht. Der Drehzahlbegrenzer Ihres Fahrzeugs kann verringert sein Das Schalten eines Automatikgetriebes kann unregelmäßig werden Andere Symptome können ebenfalls vorhanden sein Ursachen Ein P0501-DTC-Fehlercode kann durch eine oder mehrere der folgenden Ursachen verursacht werden Der Fahrzeuggeschwindigkeitssensor VSS liest Funktioniert nicht richtig Es gibt einen gebrochenen ausgefransten Draht, der zum Fahrzeuggeschwindigkeitssensor führt Das PCM des Fahrzeugs ist nicht richtig Für die tatsächliche Reifengröße des Fahrzeugs konfiguriert Diagnose- und Reparaturschritte Ein guter erster Schritt als Fahrzeughalter oder Heimwerker ist die Suche nach technischen Service-Bülltangs TSBs Für ihre bestimmte Fahrzeugmarke Ihr Modell Ihren Motor Ihr Jahr Wenn ein bekannter TSB vorhanden ist Wie dies bei einigen Toyota-Fahrzeugen der Fall ist Können Sie durch Befolgen der Anweisungen in einem Bülltang Zeit und Geld bei der Diagnose und Reparatur Ihres Problems sparen Überprüfen Sie anschließend alle Kabel und Anschlüsse, die zum Geschwindigkeitssensor führen, visuell Suchen Sie genau nach Scheuern, blanken Drähten, gebrochenen Drähten, geschmolzenen oder anderweitig beschädigten Bereichen Bei Bedarf reparieren Die Position des Sensors hängt von Ihrem Fahrzeug ab Der Sensor kann sich an der Hinterachse, am Getriebe oder möglicherweise an der Radnabenbaugruppe Bremse befinden Wenn die Verkabelung und die Anschlüsse in Ordnung sind, überprüfen Sie die Spannung am Geschwindigkeitssensor Auch hier hängt die genaue Vorgehensweise von Ihrer Marke und Ihrem Fahrzeugmodell ab Wenn alles in Ordnung aussieht, ersetzen Sie den Sensor Weiterführende Literatur Beschreibung und Betrieb des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors VSS VSS